Und die Unterschriften? Die unleserlichen Zeichen? Keine Kunst, sie nachzumachen. Colonel Stevens, das wäre eine Fälschung. Seien Sie vorsichtig, Fowler. Ich würde es nicht so nennen. So, wie denn, Colonel? Eine Zweitschrift. Winnetou und kleiner Wolf sind Tashunko gefolgt. Seine Spur führt zum Camp der Eisenbahnbauer. Doch sie erreichen ihn nicht mehr. Er ist schon in das Lager eingedrungen. Da ist ein Pferd von Tashunko. Ja. Du bleibst hier. Pass auf die beiden Pferde auf. Sullivan spielt auf der Flöte, die Winona gehört hat. Die Töne dringen in die Nacht hinaus und locken den Rächer an. Mensch, hör auf mit dem Gedudel. Du bist viel zu blau, das kann man doch nicht mit anhören. Alarm! Körnel! Jemand hat Sullivan getötet. Wer? Ein Indianer. Der Schunko hat den Lohner gerecht. Aber nun ist er den Weißen in die Hände gefallen. Aufhängen Sie, Herr Schunko! Das nächste Mal schieße ich nicht mehr in die Luft. Mr. Fowler? Ja, Körnel? Würden Sie in Ihrem Bericht erwähnen, dass ich diesen Jungen vor dem Lündchen bewahrt habe? Vielleicht sind noch mehr in der Nähe. Sofort alle Wachen verdoppeln und die ganze Gegend um das Lager absuchen. Los, Leute! Was ist mit Herr Schunko? Sie haben ihn gefangen, aber er lebt. Wir müssen ihn sofort befreien. Jetzt nicht. Komm weg hier. Weg geben Sie mir seine Waffen. Und jetzt raus. Diesen Jungen habe ich schon im Dorf der Cheyennes gesehen. Was haben Sie mit ihm vor? Was würden Sie an meiner Stelle tun? Ihn vor Gericht stellen? Was soll das heißen? Sie müssen die Sache so sehen, Fowler. Ein Indianer tötet unseren Vormann. Und unsere Männer, die unfähig sind, ihre Erbittung und ihre Wut zu beherrschen, haben sich zur Vergeltung an dem Dorf gerecht. Klar? Interessant, aber das lasse ich nicht zu. Ihre Leute sind kein Problem. Sie werden alles aussagen, was Sie ihnen einreden. Aber bitte merken Sie sich, dass hier nur eins wichtig ist. Die Interessen der Gesellschaft. Und dass es sehr peinlich wäre, wenn die Öffentlichkeit etwas davon erfährt. Ach, was. Und dass es sehr peinlich ist.